Da, 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 nein, im Ernst, im Ernst, du hast jetzt, der hat das Feuer gelöscht. Nein. Oh, ne, ne. Nein. Hilfe. Oh. Alter, der hat ernsthaft das Feuer gelöscht. So. Das ist jetzt nicht angeben, das ist Realismus. Das ist ganz was anderem. Okay. Ich muss nämlich mal ein bisschen mit meinem Jojo-Matter was machen. Ich will das nicht so in der Truhe liegen lassen. Bei Jojo-Matter ist harm doof. Brauche Gaktus. Brauche Gaktus. Gaktus. Kaktus gefunden. Nein. 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 Um Gottes Willen. Nein. Hm. Mir fehlt ehrlich noch. Nein. Oh. Oh. Ah, das ist vielleicht mal ganz nett. Wieso? Nein, Misuti. Komm jetzt nicht in die Wüste, Misuti. Fünf, sechs. Okay. Also nehme ich 60. Du wirst es lieb? Nein, werde ich nicht. Hä? Lol, ich wurde gerade im TS angeschaut. Ich auch. Ich auch. Fodent. Im Spieg. Ist das jetzt? Ja. Ja. Jetzt ist es. 20 Uhr. 37. 33 Sekunden. 321 Mika. Irgendein YouTube Link. Okay. Ich glaube, ich bin gekifft. Echt? Sag dir mal, dass er aufschaut. Gesammelte URLs. Alter, wie oft Mika steht. Mika, Mika. Ja, ich schreib das erst mal. Dankeschön. Aber nicht in den Oldshit. Ja, ich guck mal. Was ist das für ein Trollolol 10 Hauers. Genau. Da hat einer an Trollolol, Trollololololololol. Ja, das habe ich mir mal einmal ganz angeguckt. Seitdem bin ich so ein Penner. Achso, weil das dort 10 Stunden lang angeguckt Schrägstrich angehört Alter Oh, ich hasse Galilio Ich hatte ein richtig nahrhaftes Abendbrot Ein Käsebrot Ein Glas Orangensaft Dazu zwei Zottmonte-Pudding Ein Hanuta und ne Vollmilchschokolade Vollmilchschokolade, also ja? Nein, gut, eigentlich nicht Es ist Vollmilch mit Traubenuss Ich frag dich ein letztes Mal, bist du dir sicher, dass du nicht in die Wüste kommen willst? Ja Okay Ich komm gleich, wenn ich fertig bin, ja? Was ist denn da so tolles? Paul Paul Wer ist Paul? Wer ist Paul? Alan Alan Hey, bei mir ist der Block hier unsichtbar Den ich grad gesetzt habe What happens? So, ich brauch noch Helm und Schuhe Gibt's in der Craftingbox? Dann bau dir Helm und... Ne! Hab ich gar nicht nötig Ich zwinge andere dazu Winnie, willst du mir mal eben... Ja, ich hab grad die Errungenschaft erzielt, fortgeschrittenes Craften Das hab ich bisher nämlich noch nicht hingekriegt seit den 700 Folgen Was baust du gerade? Ich? Ich baue mal einen Puff Ah, du brauchst Puff Wunder sieht es dann aus, dass weht ein Haus Sieht man doch Ja, echt mal Bestimmt voll scheiße Ich hab ne Imker-Rüstung fertig Was willst du schon? Jetzt bräut ich irgendwie nen Jetpack Willst du eins? Das ist das von Johnny, das sag ich immer noch Johnny, sag mir Bescheid, damit ich's dir vorher wiedergebe Kommen wir hier aufhören Ja So, Sordast Oh, ich hab auch ein bisschen viel Sekuja-Holz Alter, das ist so ne Schweinerei Olli Hoeneß, ne, der konnte eh so oft aus dem Knast, der Penner Und jetzt wurde das noch mehr gelockert Jetzt darf der jeden Tag, tagsüber das Gefängnis verlassen Wir lassen noch, interessiert mich nicht Ja, cool, wenn man Geld hat, ne Ich find das so unfair Der Arsch hat jeden Deutschen betrogen Weil er nämlich keine Steuern Weil er Steuern hinterzogen hat Normal sollte den jeder Jeder Deutsche sollte zudem hin und hin in die Eier treten Hey Johnny, wollen wir mal nen Vlog machen, wie wir die in die Eier treten? Ja, im Prinzip hat er doch uns alle betrogen, der Penner Das wär doch was für 10 Gründe gegen Ja, und dann gibt's auch noch irgendwelche Inzest-Bayern, die sagen Oh, Schmarrn ist das Dies ist der Schmarrn Ja, der hat so viel Gutes getan, ne Bayern München hat gewonnen Ach, du bist der Arsch, Mann Erstens ist das nicht sein verdient Und zweitens juckt das doch keiner, ob Bayern gewinnt, dieses Inzest-Dorf Nein, das ist das Nein, das ist äh Ey Leute, wir kommen hier zurück zu Mutti's Haus oder irgendwo Alter, ey, dieser scheiß Olli Hoeneß, dieser hohen Sohn Okay Klar, der hat mal ein ganz bisschen gespendet Auch wenn man bedenkt, dass es vielleicht Jetzt wär's Auch wenn man bedenkt, angenommen Der hat jetzt, äh, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 10 Millionen hinterzogen Wenn der denn 100.000 spendet, ist das auch kein guter Mann Im Gegenteil Das ist ein mieser Betrüger, ist das Der hat ja nur das gespendet, was ihm gar nicht gehört Und dann auch nicht mal alles Nur ein ganz kleines bisschen Das ist ein scheiß Penner, ist das Ey, der hat nur aus Den sollte man echt steinigen Das solltest du dir auf deine Greenpeace-Banane hochladen Greenpeace-Banane Greenpeace-Banane Das wird sein Drittkanal Sein Drittkanal? Äh, Zweitkanal Quatsch Alter, ey, ich versteh nicht, wie man den überhaupt noch feiern kann Wie gesagt, den sollte man echt in die Eier treten, den Penner Och Mensch, Mizuti Das war mit Absicht In der Wüste, den, den, den Ground hitten Too hard Nein, ich war nicht in der Wüste In die Wüste könntest du mal gucken, Multi Das wär vielleicht was Tolles Wieso, hast du da, du hast da bestimmt einen Penis aus Sand gebaut oder so Oh nein, das ist, das ist viel schlimmer Ich nur einen Zwei Penisse aus Sand Hey Mizuti, kann ich mein Schwert wieder haben? Dein Schwert, ja, hier Komm mal mit Wer soll mitkommen? Na, hier, Johnny Ach, der ist bei mir Ach, nütz Ich hab mein Schwert nicht öfter jetzt Hier, guck mal, hier ist, hier ist was für dich Mizuti Also, einmal möchte ich mein Jetpack wieder haben und hier hast du so ne Ja, das Jetpack hier Ja, das Jetpack hier Was ist denn los? Man, wie ne Man, was tut mir mal im Internet heute nicht so Alter Das juckt jetzt keinen Alter Okay Ich hab keinen Jetpack im Inventor Oh, du hast das versucht Ja 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 Oh, ich komm hier zurück Versuch der Mord ist auch irgendwie schlimm War das im Süden oder? Norden Nordwest Worsten Äh, laube ich jetzt nicht hin, dann baue ich mein Leben nicht weiter Scheiß Olli Hoeneß, ey Meiner Meinung nach ist das ein kurzer Sohn Hier hinten Oh Ich will nicht in die Wüste Nein, du bist aber jetzt ein Besucher Alter Du bist doch so eine Du bist doch so behindert Oh Gott, ich glaub ich weiß es jetzt Wetten, er hat überall diese Würmer da hingesetzt Nein Das ist weitaus schlimmer Ich möchte mir das auch angucken Oh Gott Wie hast du nur das gemacht? Guck mal weg Die hat einen Wrathigniter gesetzt, der Junge Die hat hier einfach mal Wrathigniter Aber cool Ich find's nett Nö Ich Wir nennen es Le Paradiese des Sand Ja, ne Da schwebst du doch fast schon Hättest du den Wald kaputt gemacht, hätte ich dich jetzt gebannt Weil ich mag den Wald, der da hinten ist Lass mal die Anti-Ulli-Partei gründen Da treten wir so Da treten wir Leuten wie Alice Schwarzer in die Eier Dann treten wir Ulli Hoeneß in die Eier Dann treten wir, äh, keine Ahnung, Uschi könnte man auch mal in die Eier treten Nein Lol, Johnny wieder, ey Alter Ey lol Verdammte Scheiße Irgendwie buckt das bei mir Irgendwie weiß ich nicht mehr wo mein Haus ist Oh, Kampf der Giganten hier Folge 1000 Ich lege da jetzt mal halt rauf Ach, schade Wenn mein Internet-Schock nicht mehr gehen würde Oh, Mann, ey Geil Hä? Das hat keine Verbrennung Ich hab die ganze Zeit das falsche Dingsens genommen Ich wundere mich schon, dass Johnny nicht brennt Ich will dir aber Glattner bei deinen Bienchen gucken, was die so machen hier Wieso tust du eigentlich mich? Wieso tust du eigentlich mich? Lass mir auch den losgehen Wieso tust du eigentlich mich? Ich dachte du wärst Mizuti Tut mir leid ich bin farbsäh schwach Ich kann nix dafür Der Rawth Igniter, den habe ich übrigens für dich ja entwendet, Bullti Nimm dir hier meinen Breath Igniter weg, ey Das war der der noch ganz ganz wenig übrig hat Alter sind hier viele Blumen Geil, was? Wurde schon wieder einmal eine Blumen Ach, scheiße Also nicht, dass ich damit ein Problem hätte Ich glaube, das kannst du auch mit Cobblestone machen Der wird dann glaube ich zu Stone einfach Ja, und andersrum geht's auch Stone wird zu Cobblestone und Cobblestone zu Stone Hä, aber ich habe mal im Twilight Forest da in so einer Höhle Wir sind übrigens auch in so einer gespawnt in meiner Welt Ähm Haben wir mal einen gezündet Und da ist nichts passiert Ah, ich wollte doch mal zur, zur, zur Gründervilla hier Kannst du mir einen Bohrer bauen, Mizuti? Eyo Drill Einen Diamanten oder eine Norma? Gibt's auch Iridium? Nein Nö, den gibt's hier noch nicht Erst in der 1.6 gibt's die Iridium Drill Aber dann müsste ich erst zu dir rüber Mhm Quatsch, warte, ich habe da die Truhe hier Noch Komme ich da am besten zu dir rüber Ach da Aaaaah Ach warte, hat er die jetzt hier Ich muss diese Scheißdinger hier wegnehmen, ey Voll heftig, wie sich die Mizuti, Mizuti, ey Was denn? Achso, die Würbchen Unruhestifter bin ich, was? Anstatt, dass Robin sich einfach Äh, so ein Graben da rumzieht Eigentlich will ich Zäune bauen, also so eine Mauern Ja, dann können die sich doch gar nicht vermitteln Ja, ich weiß, das habe ich schon die ganze Zeit vor Aber es gibt grad wichtigeres Stuff zu tun Hat jemand zufällig ein Feuerzeug? Ja Ne, die gebe ich jetzt so eine Sachen nicht Nein Nein Na gut, ein Eisen Gleich ist die Homo Villa einfach verbrannt Nein, nein, es geht nicht um die Homo Villa Ja, ich glaube, es ist doch viel schlimmer Derweil... Ja... Dein Haus Nein Das wollte ich... Mein Haus soll aber auch nicht brennen Ich mag mein Haus Das hier ist doch groß Nein, im Ernst Im Ernst Du hast jetzt... Der hat das Feuer gelöscht Nein Oh, ne Ne Nein Alter Alter Der hat ernsthaft das Feuer gelöscht Oh, oh, oh Scheiße Das war's jetzt Lo, lo, lo Alter, nein Jetzt müssen wir aber eine Schweigeminute einrichten für das tote Feuer Ich muss doch nicht mal... Oh, oh Scheiße, gleich gibt's ein Schicks Ein auf Feuer Ja Okay, eine Schweigeminute für das Feuer Ist die Minute vorbei? Ja, ich denke, das reicht Das war zwar keine Minute, aber... Ich hab mit dem Blühbirbchen in die Luft geschossen und das landet natürlich genau auf dem Feuer Ich hab da die ganze Zeit Blumen rein, um es einzuweinen Oh, meine Blumen! Ey, wieso, ich hätt die eh behalten Das stimmt Da ist es besser, wenn ihr die ins Feuer will Ich hab da sogar eine Reinforce Stone rein Ich bin gefahren Wir sollten Misuti da reinwerfen, ey, aber der kommt nicht mehr rauf Jetzt vorbei Oh nein Wollen wir gleich einen Cut machen? Äh, können wir tun Ja, wir können ja noch ein bisschen aufnehmen, Misuti, du solltest jetzt gehen Vielleicht können wir dir irgendwann verzeihen, aber... Das ist... Sag schon mal Also ich hab ihm schon verziehen, weil ich ihn mag Anderen hätt ich nicht verziehen, so schnell Ja schon, ich werd ihn auch verzeihen, nur ich brauch erstmal ein paar Stunden, glaub ich Weil ich bin richtig angepisst, ne? Das war nicht meine Absicht! Wieso, wieso kommt hier eigentlich bei dem Rohr nichts raus? Hier ist der Frequenz 10 Was ist auf Receive? Ich denk der Quarry läuft Der Quarry läuft auch Oh scheiße, dann hat er jetzt den ganzen Take, oh scheiße Hä, alles weg Ja, wie kommt das denn? Ganz ehrlich Juckt Robin nicht, obwohl er das gebaut hat Äh, ne das Rohr hab ich nicht gesetzt, ich hab nur die Stromversorgung gemacht Oh, Misuti Ja, dann TP ich gleich mal her und setz das Rohr, vielleicht musst du bei beiden der Owner sein Ja, das muss ich gemacht haben, sonst geht das nicht Oder du! Wer ist Johnny? Ach Okay Scheiße, tatsächlich geht grad alles rum Er hatte Sex mit dem Feuer Oh kacke Weißt du, wie kann das passieren? Ja, weil du ein Idiot bist Doch Oh, nicht schlecht Entschuldigung, ich bin grad nur noch pissig Ja, ganz im Ernst, ne, ich hab dieses Feuer geliebt Mach auf Feuer Mach auf Feuer Wenn du ne Public machst, dann kann ich da auch von schnorren Dann setzt das andere auch einmal neu Bei dir in der Villa Dann setzt den Scheiß doch wieder Dann bist du sowieso mal eine Aula Sonst gehört das mir, dann kann ich da auch abzapfen wenn ich will Re-alibiere das Feuer Das mach ich in Folge 1000, weil das ist ne feindliche Folge Private oder Public? Ne, wird ja reset, eh, schade Wird nicht sehr im Backup gelangen Ja, das geht trotzdem nicht, vielleicht muss ich bei beiden ownen Mann! Scheiß doch Ja, das ist schon mal ein Anfang Ey, du hast das doch gar nicht nötig Oh, ich bin mal gespannt da drauf Ja, das war ja wohl offensichtlich Ich könnte jetzt irgendwie ein Glas gegen die Wand scheppern oder so Ah, Johnny Ne, ich bin drauf gekommen Mann Und ich bin drauf gekommen Ich war zumindest zu ehrlich und hab's gesagt Nein, hast du nicht Ja, warte, ich geb dir was gleich Doch Hatte gar nicht, der so scheiße schreitet ihm immer ein an Feuerzeug Der wollte das für sich behalten Ich hoffe, dass so ne Mauer das abhält Ich bin zu ihm geflogen und hab gesehen, dass er beim Feuer stand Guck mal mit mir Guck mal mit mir Darf ich noch ein bisschen steinen? Ja, mach doch Mann Und am nächsten irgendwie... Ja, ich hab gesagt, ich würde... Nein, warte, das hast du gesagt Ne, Ton Ich hab das früher gesagt, aber jetzt nicht mehr, weil erstens lohnt sich das nicht Zweitens machen wir dann wieder Verlust, dann hab ich keinen Bock drauf Ich will jetzt nicht wieder einen ganzen Take hier... Ich hab grad so... Wie heißt alles rumsortieren müssen So hätt ich ein Jazz im Hintergrund Ist dir das traurig so Robin, du hast doch gesagt, du hast doch gesagt, du wolltest ihn weg abladen Äh, Igitt Ja, nein, du hast gesagt... Schick mir einen Link, schick mir einen Link Oh Achso Das ist irgendwie gerade... Das Feuer ist hoch Oh, du musst aufpassen, nimm das nicht in deinen Videos Das hat mittlerweile ähm... Du läufst so durch so eine dunkle Gasse, es regnet gerade Das heißt, äh, ich hab das schon aus meiner Fallis rausgehauen Alter, ey Bist ein Wichser, mich zu dir Das hast du mir selbst geschickt Ein Wichser bist du Ja, falls du einmal vor hast, Videos zu machen Du bist ein Wichser, mich zu dir Das ist, I remember Clifford Oh mein Gott Was tun, wenn Johnny einen hast? Äh, ja, erstens So schnell wie möglich Das Land, äh, sein... Das Land verlassen Zweiter Schritt Ähm, okay Pass, äh, fälschen Um sich eine neue Identität zu legen Drittens Drittens Drei, ähm Gut gepan... Gut gerüstete, äh, Bodyguards engagieren Mit den Namen Pablo, Juan und Gustavo Land gewinnen Und vierter Schritt Pech gehabt Es gibt keine Möglichkeit, einem Johnny zu entrinnen Du wirst so oder so krepieren Heißt, ich hab seine Nummer gar nicht mehr Aber immerhin war's ein Versuch wert Wenn ich ihn nie gewechselt hab Und ich hoffe, dass so ne Mauerblumen abhält Ist ja auch noch das Rohr dazwischen Naja, vergesst niemals YouTube niemals mit Relive verbinden Das ist richtig Ja, mein, ich... Auch wenn noch einer so viel rumdaddelt oder so Vielleicht hilft der, wenn ich ihn ja... Das hat mit Relive dann nix zu tun Ja, vielleicht hilft der, wenn ich ihn ja... Egal wie viel Mist Nils baut, ich werd ihn nie... Wir kommen immer mit ihm in meine Liebesbeziehung Halt, ihr von mir keiner weiß, außer mir Nein Schreib mich an, bitte Das werden die Abonnenten niemals erfahren Du Feudel Hä, ich glaub nicht, was schon mal angeht Nein Was ist? Din, 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 din Jetzt diese traurige Musik von Vincent Lee Was? Ach, dein Betrügsel, ja Ich glaub, die schneide ich rein Dann tust du ja auf der anderen Seite Scheiße, es ist ja doch noch ne Blume da Ja, Jody, Jody wird grad von allen im Stich gelassen Ja, jedes Video ist geschnitten, wenn man so will Vielleicht sollst du lieber der Typ sein, der im Regen durch die Straße wandelt Aha Und Jazz im Hintergrund kommt Oft? Ohhhh Kommt davon, wenn man nicht alle Folgen guckt Wann, wann hast du denn mal was geschnitten? Jetzt ehrlich Tja Tja Ja, aber Ich mein jetzt so richtig rein, so Effektmäßig Hä? Hä? Wieso nächsten Tag? Hey, wieso, du willst wieder normal sein? Hey, ich hab die letzten Folgen alle geguckt Ne Na, Johnny, du hättest dann Bandoise mal angegeben lassen Ja, da bin ich einfach zu selten dabei, das ist das Problem Ja, das ist nur wegen Johnny Ja, so ne kandarnische Zeremonie Nein, ich werde dir irgendwann verzeihen Scheiße Müsstet ihr da nicht eigentlich ne Zeremonie machen? Ja, kriegst du Entschuldigung, ich war etwas abgeliebt Neu Das könntest du Das kannst du nicht beweisen Das kannst du als Thumbnail nehmen Immerhin Das schaffen die wenigsten Banned by an Operator Hoffentlich sind das Denken jetzt nicht andere Irgendwie, die wollen auch gebannt werden und bauen Mist Das könnt ihr euch gleich abschminken Ja, Masturbier Kommt zu euch nach Hause Und ähm Ich hab es einmal geschafft auf dem Server zu sein Und wie geh ich raus? Wir sind die letzten Assis So wie der letzte Bulle Der letzte Assi Ja, wir sind gebannt bei an Operator Dann machen wir ne Serie daraus Das gibt sicherlich ganz ganz viel äh Alter Ja, ihr seid Smooth Jess Nicht einfach nur Jess, sondern Smooth Jess Ihr seid übelst böse ihr Ihr seid die letzten Assis Ihr Jess ist cool Schnauze Ich sag dir was scheißes Volk Das ist scheiße Aber garantiert nicht Jess Der Tourer mit dem Jess ey Ja Jazz muss Jazz muss Das kann zu allem Ich geb dir gleich Und Country ist recht Jazz ist was für Stuhle Alter halt, ne weißt du ich spiel gleich nach dem Take ganz laut die K-Rose Playlist von GTA San Andreas ab Oh ja Nein Du musst es dir anhören Nein, das Volk ist cool Vorwärts Vorwärts Schmetter Die Country ist witzig Nix gegen Country. Alter, ne, ich band dich gleich. Alter, nein. Oh nein, nicht K-Road. Über geht's. Die Mauer hilft nicht, was kann man noch gegen Blumen machen? Eskalation, 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 Eskalation. Das ist schon lange weg. Johnny hat das verschlampt. Das war ein Bug. Das ist eigentlich ein Wundergrund bei Minecraft, was da die ganze Zeit so rumfliegt. Ich bin die ganze Zeit auf dem Startpaket, genau, auf dem Startbildschirm und hier steht die ganze Zeit um ein Paket. So ein Jute, ey. Die Mauer muss weg. Was ist eigentlich mit dem Todesschnitzel? Ist auch irgendwie weg. Ja, es gibt einen Server-Bug, wenn du was isst, aber dann immer noch Hunger hast und es kurz geleckt hat, dann ist es automatisch noch eine Sache. Sein könnte. Ohne das zu wollen. Wenn man das in der Hand hat und ich glaube, wenn man shiftet, dann wird das, glaube ich, automatisch oder so manchmal gegessen. Es geht ein Bug. Wenn es Verbrennung hat, fängt man an es verbrennen. Das wäre lustig. Ja, man könnte Placken draus machen. Was passiert eigentlich, wenn man das isst? Ton habe ich nicht. Nichts. Das ist ein ganz normales Schnitzel. Nein, das ist ja nicht so. Leider. Morgen wird's was geben. Morgen wird's was geben. Morgen wird's was geben. Und ich bräuchte vielleicht so Ton oder sowas. Ja, Ton. Geht doch weiter. Guck lieber Multidiemann so, da hast du mehr vom Leben. Morgen wird's besser. Okay. Boah ey, ich hasse jetzt jeden Tag, der kommt. Du brauchst die Musse gucken. Allein wegen dem, was wir darin bereden. Du leh. Wichtige Dinge. Der rückt immer näher. Ich rege mich, äh. Was? Tag 764. Es wäre nicht mehr so, dass ich die heutige Folge schauen müsste. Ich weiß nicht. Yo. Du meinst Leben, nicht Ton, oder? Ich muss sehen, wie du die, 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 den... Ah, maaan. Warte, das ist noch grad nacht, ne? Lehm und Ton sind nämlich ein bisschen was verschieden. Ähm, darf ich Fackeln? Und... Ton, Leute. Ich suche einfach mal Maluka statt Multidemon Hunter. Warum auch immer. Oh, Fackelt. Nacht. Oh, scheiße. Like einfach alle Videos, die du noch nicht geliked hast. ME-System wieder etwas besser. Damit ich auf jeden Fall schon mal glücklich. Ach ja. Wann hab ich denn Buße getan, Leute? Ach ja. Hab ich. Daumen runter. Egal, ob's dir gefällt oder nicht. Hab ich. Äh. Ne, ganz ehrlich, diese Dislike-Funktion könnte man ruhig mal entfernen. Das wird irgendwie normal. Ich drück irgendwie immer. Ich drück einfach immer auf den Daumen hoch. Egal, ob's mir gefällt oder nicht. Egal, ob's mir gefällt oder nicht. Ja, da gibt's auch welche, die machen das andersrum. Alle Videos plötzlich gedisliked von Misuti. Du hast einen Daumen runter auf dein neuestes Tekken-Feld. Oder wie mal mal Video mit Sternen. Warum, ne? Also so fünf Sterne und dann gibst du halt nur Null. Ja, ja, ja. Was? Also ich find Dislike ist eigentlich schon... Das macht mir Angst. Berechtigt. Ja, guck mal, bei Facebook zum Beispiel, da hat Justin Bieber dann Likes. Ja, aber wär doch gut, wenn alle Welt wissen, dass er verdammt viele Dislikes hätte. Okay. Ja, genau. Und was war das schlecht bewertetste Video? Kennt ihr, äh, BooTube? So nen Vlog von Osama bin Laden. Hallo Leute, ich bin wieder Osama! Das ist, äh, das sind die schlechtesten Videos von Youtube. Also die schlecht bewertetsten Videos. Ich wurde auch angeschrieben. Wie soll man die Schnauze halten, ey? Keine Ahnung, warte mal, äh. Wann den mal für ne Stunde oder so? Weiß nicht, es sind so viele schlecht bewertete. Oh, ich werd mich denn jetzt angeschrieben. Ja, ich wollt auch... Man! Ein Link von Nika. Ja. Alter, was hat der immer mit seinem scheiß Link? Kann ich wieder anwenden, werben, ich tu alles, was ihr wollt. So, jetzt für zwei Stunden. Ja, ich glaub, man kann auch so einfach keinen Entbarnen. Ja, die URL-Codes, die ihr da alle sendet, das sind echt viele. Kannst ja mal gucken. Bei TS. Ja. Extra. Ich glaub's heute, ich tu alles, was ihr wollt. Was willst du? Nein, du kommst heut nicht mehr raus. Ich setz jetzt erst mein Query neu. Weil ich die ganze, diese Marker-Plus gemacht hab. Wie die funktionieren nicht. Hält noch Slash anwählen. Johnny ist wütend. Ich weiß ja. Jetzt geh nach den vier Schritten, sonst wirst du sterben. Na gut, du wirst so oder so sterben, aber das ist, hält die Spannung auf. Wenn wir jetzt nen Kart machen. Äh, gleich, ich möchte erstmal mein Query setzen. Das hat jetzt Priorität. Jetzt, jetzt ist, äh, jetzt ist, ja, Johnny angepisst, das. Wenn wir jetzt nen Kart machen. Das ist, das hält die Spannung auf. Äh, gleich, ich möchte erstmal mein Query setzen. Das hat jetzt Priorität. Did, Kraft... Nicht wahr, jetzt ist das Icke. Im Jurgen selber verstehtfamily rein. Well, ich faul und sch Davis pouğlu schreibt Eso. Wo ist das denn? Vicky, Forums... Also ist das ein für den Link, wo er gesendet hat. Wo findet man dieses Buildcraft-Helfer den Quarry Plus? Ist das auf der Quarry? Also ist das auf der Mod? Auf der Buildcraft-Website direkt? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ähm, es gibt ja vom Quarry Plus auch die Marker Plus. Ja. Ähm, ja. Ja, Quarry Plus, wo bist du? Ich such dich, Mod. Scheiße, jetzt ist das Ding weg, oder was? Oh, oh. Oh! Oh, oh! Wie er immer abgeht, der Johnny. Ich glaube, ich mach das nur mal bis hier. Mhm. Das ist ne super Platzverteilung, in jeder Kiste ist ein Rubin, wirklich, in jeder Kiste. Teilbehindert irgendwie. Ähm, darf ich noch... Oh, Holz? Du kannst den Serschen Pipes übrigens benutzen. An den Knoten. Man. Hat der Quarry Plus eigentlich auch ne Textur für, äh, fürs Facts? Ja. Sicherlich. Ich hab's noch nicht gepackert. Ja. So, jetzt muss ich hier nur noch diesen... ...Dingsen setzen. Mach ich das mal. Komm. Ich will das hier noch haben. Darf ich noch Holz, Robert? Ja, äh, warte. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr groß, weil wir sind durch. Nein. Ja, weil ich muss da noch bauen. Oh. Hä? Ich find das irgendwie nicht für die 1,2,7. Hey! Ist dieses Stand-Lib eigentlich schon standardmäßig drauf? Warte mal, ich muss mal eben schnell was hinkriegen hier. Irgendwas will ich hier nicht gerade. Okay, dann geh ich ein bisschen weit weg und such mal ein paar Eichen. Okay. Da 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 da. Oh, das Haus gefällt mir. Das nehm ich mal. Normal lädt ein Quarry auf 25 Chunks, ne? Ey, ich hab ne Idee, lass mal Leute, die wir können, öffentlich bloßstellen. Alter, ich bin so böse. Okay, dieser Johnny the Banana. Alter. Wer mag den schon? Nein, ich nenn einfach nur Fakten in Form von Zahlen. Denn es sind eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben. Sieben von 20 Mitarbeitern sind hart inaktiv. Dann, dann, dann. Okay, Multi. Nach der Aufgabe brauche ich mal bitte keine Aufnahme. Nein, sag ich doch nicht in der Aufnahme. Das kommt nicht klar. Dann sag mir das später. Ich würde sie einfach würdenvoll einfach kicken, äh, bannen, äh, 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 und... Bei Bannen bist du ja eh extra, ne? Alter, vorsichtig. Ich stehst auf dünnem Eis. Ich bin grad dabei, dir langsam zu verzeihen, weil ich hab diese Feuer, dieses Feuer echt geliebt, man. Das ist, das ist für mich, als würdest du ne Black Hole Chest abwohnen, wo schon irgendwie 20 jemanden drin sind. Also ich hab den, die volle Größe vom Query nicht genutzt, weil das war mir dann doch zu groß. Weil 256 mal 256 Blöcke ist schon ein bisschen viel. Hey, hab ich Query gesehen. Geht das beim Query Plus? Ja, mit, mit den Markern Plus kannst du bis 256 Blöcke breit machen. Boah. Das heißt, der ist, ähm, warte, 64 und 64 sind 128. Also, oh mein Gott. Alter, dann passen ein, zwei, drei, vier. Vier mal vier. Sechzehnmal der normale Query-Ratius. Passt da rein. Ratius? Ja, Radius. Nee! Vierzehn... Ah! Vier mal vier, also sechzehn Query-Löcher. Mit einem Durchlauf. Aber ich hab's nicht volle Kanone gemacht, weil ich nicht weiß, wieviel das den Server auslastet. Ich hab's nur so halbwegs, also, was weiß ich. Ich frag mich gerade, wo du den Query Plus-Mod herhast für die 147. Äh, ich kann dir den einfach schicken, wenn du willst. Der ist ja nett, weil ich find den nicht für den 1. Ich hab ihn gefunden, aber nur weil ich so cool bin. Ja, du hast eben deine Quellen. Ich hab nur... So, dann hätten wir das nämlich durch. Ich suche hier eigentlich gar kein Haus. Glaub mir, du willst nicht, dass ich ein Haus habe. Nee, ist das so hässlich. Das sieht immer nur wie so ein Viereck aus. Das ist einfach... Nee, das ist mein Trav. Nein, ich meine, das sieht aus wie ein großer Klotz so... Weißt du, 5x5x5 fertig. Ja, ich esse jetzt seit einer halben Minute dieses Stück. Die Feinde sind alles los. Naja, gut. Ich sagte mal, tschüss, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Mal gucken, was wir nächsten Tag wieder so schönes machen. Wieder eskalieren oder so. Und dann, äh... Ciao. Lass die Hummer Wille weg. Hummer Wille weg. Uni-Ding. Ciao. Ciao. Ciao wo Chi-Motiv. Sp 在gliche. In-Ding. 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 Bis zum nächsten Mal.